Musik 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 Das war echt. 25 Sekunden und ich kann die Lightning aufklären und die ficken. Soll ich dir Hydro ziehen? Aha! Pensa ist schon mal weg. Ein heißer. Ich muss so eine Hydro haben. Ich würde dir mal gerne ein attractives Ziel gehen, nicht so eine scheiße Leopard. Eine Neptune zum Beispiel. Ja? Und nicht weit getorbt. Ups, da war eine Neptune. Und ich nehme natürlich wieder Torps. Jetzt aber. Jetzt auch. Voll in deine Fresse. Ja, schönes Ding. Oh, es ist die Citadelle. Es ist AP. Das war jetzt richtig witzig. Aber ey, hallo, ey. Russisches Schlachtschiff stoppt keiner. Es fährt durch wie durch die Butter. So, lexing, das spürst auch jetzt du. Bumm, Junge, Alter. Double-Zitter in den Arschloch. Ja, du machst das gut. Warum muss man das lernen? Ich meine, erklär doch lieber den Leuten, die man Steuererklärung schreibt oder so. Ja, das ist halt was für ein Alltag. Das verstehe ich nicht. Weil, das ist Alltag, Junge. Steuererklärung muss jeder später machen. Das wäre was. Keine Sorge. Er kommt auch noch dran. Ja gut, dann ramme ich halt. Ist auch ne Lösung. Okay. Ah, ich wurde friendly getoppt. Perfekt. Ich hab den Ram sogar überlebt. Ich hab nen Doppelschlag bekommen. Aufmerksam. Wir sind los. Man das ist weg. Ich werde das weg. Torfeder ist auf Blackboard. Tier 5. Digger, Prezessionen und Kartoffeln, Alter, ist ja zweierlei oder was? Ha, das tut jetzt weh, Alter, wenn hast du nicht gerechnet. Boom! Zelladelle! Die hat keine Angst, ne? Boom! Der ist jetzt tot. Die ganzen Tage. Halt die Fresse, Azumi. Who's dead? Zauber. Moin! Einmal wie Boom Zelladelle! Oder auf der... Hä, hier ist irgendwo ein Schild-Operator bei mir, Knorke. Aber wo? 100 Leben, komm, irgendeine Sekundär... Irgendeine, Junge! Ja, mach doch! Junge, ist nicht dein Ernst. Ein 100-Leben-Typ, Alter. Die Sekundärs sind nichts zu gebrauchen. Jaa! Oh, ein Penzel, oder was? Jaa, PCA... Inkrociatore-Nemico distrutto! Hab ich 11 Millionen? Warum hab ich 11 Millionen? Ach, Digga, ich möchte auch B-O-B. Macht irgendwie wieder Richtig. Ich hab Kari. Alter, ich hab 4, bei Fortnite. Bei Fortnite hab ich alte 4. Knorkel, das Traurige ist, die kennt ein Echt-Leben. Ja, jeder kennt die Kackwurst-Challenge. Jeder weiß eigentlich, was die Kackwurst-Challenge ist. Doch! Ey, Kackwurst-Challenge, die muss man kennen. Wie tief sind wir alle gesunken, Alter, wie? Was, er hab ich hier? Gatcha, man, oh! Ey, ich glaub, ich hab ihm es so gar nicht. Er trifft mich? Er wollte ja auf dich, ich dachte, er wollte ja auf mich. Nein, er wollte ja nicht auf dich. Boom! Citadelle! Hä, ich bin ab! Digga, warm klingt, chinesisch. Moin! Warm klingt dieser Anime-Karakern, stimmt's? Boom, Junge! Da bin Zita, fast nix mehr übrig. Digga, jetzt ist Nippel da, Alter, nice! Digga, what the fuck, was denkt die Eiver-Wer-Wer-Sie ist? Was denkt die Siedl-Wer-Sie ist? Citadelle überm Berg! Du bist zu spät geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Ja. Weil ich jetzt erst machen darf. Weil wir müssen alle defekten. Was? Na, da kommt gespät. Bist du noch irgendeinen? Nein. Der rammt dich eh. Nein, nein, ich ramm ihn. Haha. Da wuhren so'n fuck mich so ab. Digga, was ist los? Du denkst! Citadelle. Aufnehmen. Aufnehmen. Den Duns-Koi. Ich bin fast da auch mal. Bin fast da auch mal. Die Typen bin... Der erste Typ, der war aus der Dampine tot. Ich beschwert sich natürlich wieder hart verhandeln. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Doppelschlag. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. Wir haben einen Zweierwisch. Schei, aber man kann, wenn man sieben Ranschen wieder rücken. Kannst du ihn töten halt? Ja. Dann musst du ihn tot machen. Ja, er ist tot. Dann braucht ihr. Dann braucht ihr noch. Gegnerische Schlachtschirr versenkt. Aber das sind die von der Geschirr. Aber das sind die von der Geschirr. Ja. Steht einfach. Ja, da. Zitadelle. Nein, schlägt mich nicht. Oh, Mann. Aber hat der einmal auf mich zurückgeschossen? Zitadelle. Oh, Schatz. Hat er nicht einmal geschossen? Oder... Oh Gott, das... Nein, ich sterbe doch nur. Zauber ist tot. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Hallo, wo ist er? Er fährt gar nicht von der Frau. Er fährt gar nicht von der Frau. Nein, das klappt nicht. Wer kriegt ihn? Wer kriegt ihn? Ich mach gar keine Zita. Er ist immer noch nicht tot. Ich mach einen Sekundär. Allergy, die kommt gut, die kommt gut unten. Das Problem ist aber, der Schorcher, das soll nicht frei verraten. Oh Mann. Zitadelle. 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 In die Lehnen. Hä? Das ist fast kein Schaden. Der da. AP und dann gib dem Jungen. Zitadelle. Das war die Hälfte. Wer macht den Rest? Ja, der ist absolut behindert. Aber die Motoki, da bin ich auch. Zitadelle, was machst du denn bitte? Nein, jetzt hab ich Glocken durchgedrückt. Arsch. Rapp doch die Scheiße. Oder sterbe selber. Ich bring jetzt Quinchboy rum. Er dachte nicht, dass ich ihn ausschließen kann. Er dachte nicht, dass er ausschließen kann. Und er auswecken. Zitadelle. Zitadelle. Ich werde hier von uns gehen, ne? Weil ich so dreckst argwollt, ich kann halt nicht von mir gehen. Ich schiefe gerade auf den Flugzeugträger, deswegen höre ich dir nicht viel zu. Digga, wie war das denn bitte? Kein Hit, hallo? Digga, schluck einfach nur hart. Das ist mir überhaupt zu hart. Boom, Citadelle in den Flugzeugträger. Da ist er. Let's back. Hab ihn. Ich hab ihn. Okay, ich bin trotzdem. Ich muss mich noch auf die Normandy hören. Warum schießt er nicht auf mich? Ja, die Normandy ist tot. Das ist nicht das Problem. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Okay, jetzt hab ich das mal schon geschossen. Aua. 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 It's the way, it's the way. Peng! Und tschüss. Ich hab den Schaden gemacht. Und na, wie hast du dir das vorgestellt? Also, ich weiß es nicht. Viel Spaß. Was? 30.000! 30.000! Hab ich doch auch. Das ist der mit seinem HE, der nervt mehr wie die Schlachtschiff. 80.000. Okay, 80.000. Wie willst die 120 leben? Ja, er lacht. So, Bismarck. Moin! Da ist er. Vielleicht kriegt er von mir nichts mehr ab. Ja, passt gleich. Ja. Okay, happy. Schönes Ding. Weg ist er. Und jetzt? Und easy? Die Haut ist weiter. Die Haut ist leicht geblieben. Er ist tot. One-Shot. Haben wir. Der Bismarck ist auch tot. So, und jetzt noch der... Ich hab echt ganz dringend. Ja, tschüss. Knoggle, ich lass ihn nicht sterben. Was? Kraten! Kraten, Junge! Ich hab schon fünf Kies! Ich weiß nicht. Das hab ich verkackt. Das hab ich absolut verkackt. Darf ich wenigstens das Schlachtschiff noch? Boom, Zitadelle. Triff ich nicht schnell. Du bist mein Abfang-Polster, ne? Das sind Ding-Torpedos. Der trifft eh nicht. Der hat absolut daneben gezielt. Wow! Pfff! Du bist mein Abägge. bzw. Dit ist ja nicht cacks Videĩ-App. Ich den ehang für dich. Jetzt sieht irgendwas aus... Pfreiheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017